Hi, das war Tina und das Message ist von Alberta Health Services im Findeon 1.7. April. Wir sind nun meist mit der Heldjedeau in Österreich als allgemein Zeit, weil wir würden spazieren und topkomen mit Freunden und Familie. Aber dieses Jahr wollten wir in Österreich ein bisschen anders ausführen als gewöhnlich. Alberta Health Services, weil wir diese Dinge nicht zu folgen sind, brauchen wir über die Heldjedeau. Wir sollen nun aber nicht topkomen, weil wir nicht in unserem Haus wohnen. Dieser Covid nicht in diesem Virus, das Ver koşula sein wird, wenn es einem Schild aufhutben wird, wo andere Menschen aufgehemden haben, mn replacement hanno, so wird es am便利ing, felischer Stahl, felischer Stahl, deren Handeln, und so wird. Wir werden dort jetzt ein Buch einge & erneuсти, mit dem Hopf, der jahr er сделать, in wohnen, mit ans Taub und dann mit ihnen eine kleine MONT zurückziehen können, auf ihrem Ein montag. Hessen ist in diesem Fall, in dem Hopf ja, mit einem seiner äldste Freund, Zure Familien in die Familie Skype gekommen. Aber wenn wir das nicht tun, dann geben wir das Virus, was ihr gelegt habt, von einer Städte nach der nächsten zu spüren. Kech du Läufer, das ist das dann. Es gibt nur eine Ausdrehen und ein Top-Kummes-Hahn, und dort zuhören, und wir alle können gesund und sicher bleiben für das nächste Helgedäu. Sieg eine solle Weg, und ihr könnt mit drin in ihr Schwester spritzieren, sowohl als auch WhatsApp oder auch Telefon, sodass ihr nicht darin persönlich taub sein darf. So ist das dann, dass wir die Ausdrehen ausdrehen, in so eine Weg, was für andere Menschen die Wege-Kan oder Zaggeheu. Viele können dann neue Audios oder Videos anschauen, was ihr die Wege-Kan-Kan-Kan-Kan. Und wir können die Haus-Töp-Lader singen, beten, und dann, wo er sein, wenn sie in uns Haus wohnen. Für die Meester ist die Helgedäu, in die Zeit, wo einer kann, eten mehreren und alle Töp-Eten. Und dann können wir die Wege-Kan-Kan-Kan-Kan-Kan sein, dann können wir die Wege-Kan-Kan-Kan-Kan-Kan-Kan-Kan-Kan-Kan-Kan-Kan-Kan. Noch eine Weg, was wir können hier weiterführen, ist neue Spiele, wo die Begräufe auf der SNB oder die Fenster aufhängen, was andere Menschen die alle kennen sollen. Und wenn wir so etwas haben, dann können wir auf dem Hochverstärken, oder sie können auch gerne sehen, oder andere Games spielen mit ihnen. Wenn wir so etwas nicht in der Top-Kun, wo mehr als 15 Menschen sind, oder so etwas in der Top-Kun, wo du krank sind, dann können wir die Plätze nicht in den Munk-Footen und Tickets abschreiben. Aber, Alberta Health Services, Freih- und Hubsäuer, und die alle bloß waren durchgeblieben und nicht fahren spazieren oder jahrelang. Das ist das, wenn wir alle ans Poet tun, das Virus nicht der Gelegenheit geben, zum Widersprüden, und dann ist es vielleicht viel Buzier oder Top-Eva. Wir wünschen den Olden-Baste dieser Ausdrehen in dieser Hälfte auch. So vielen Dank für das Längeherrchen und ein Revoluter.